hey leute und herzlich willkommen zurück auf dem crash academy channel ein weiteres let's play steht an wir haben eine volle crew mit dabei und zwar erstmal wiesen und arcy sind unser geleitschutz hi ihr zwei hey und außerdem haben wir eine voll besetzte cutlass eine cutlass black die jetzt gerade mit ein paar hungrigen hungrigen marines gefüttert ist die jetzt auf den security aus post beschützen wollen guten abend na lange nicht gesehen so ist es der beste bis auch am start und außerdem haben wir natürlich noch lazarus und red hier dabei und wir werden uns jetzt mal um die security outpost kümmern da gibt es nämlich so eine schöne mission ich zeige sie mal kurz um ruby glas die nennt sich security guard post da muss man hinfliegen sich einloggen und für eine gewisse zeit das ganze halten und vor allem aber darauf achten dass keiner versucht an dieses terminal zu gehen und das werden wir jetzt alle gesamt versuchen während arcy und wiesen und deckungsfeuer von außen sozusagen geben ja von daher würde ich sagen ich bin bereit wird dann würde ich sagen legen den kurs fest über camaraderie 275 rc bist du sprungbereit ja check okay dann sprung sequenz vier sekunden und da ist der wiesen weg und der rc gleich hinterher sobald das ziel nicht mehr obstructet ist hopsen wir hinterher also einsatzregeln sind übrigens dass unsere eskorte außerhalb von korea bleibt und auf nichts schießt was nicht geflaggt ist oder auf sie selbst geschossen hat das lassen sie durch und wenn die dann versuchen zu landen und bei uns an das terminal zu kommen wenn wir da unten sitzen dann kriegen sie von uns auf die mütze ist doch ein konto und ich finde das super aber heißt das wiesen kann mir jetzt nicht einfach so medizinisch in den rücken schießen das genau der punkt dann nächstes hier security post korea kurs liegt an aus koppikonquat koppikonquat gesundheit okay manöver alarm wir springen der kotz ein kontakt lehre constellation auf dem land bei korea so wir werden direkt mit der schnell mit dem schnellen einsatz beginnen das heißt ich werde versuchen so schnell wie möglich das ding hier runter zu bringen mal sehen ob es klappt weiterer kontakt eine super hornet hier ja verlassen neben den landingpads und dann habe ich noch neulchen da hat 50 p also es wird viel gesellschaft darunter drin geben jubel jubel freu freu okay inbauen approach zehn sekunden und wir gehen runter anständige wände noch ein kontakt deine lehre selber so wer sitzt wurde oben gerade im geschütz der steigt jetzt alles klar gut so und touchdown luke auf und go 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 geht schon mal raus ja ich schalte hier diese systeme systeme noch ab und dann geht es von hier aus los alles sicher dass sie selber jetzt ja auch noch aufgetaucht ist die lehre ist interessant wir sind vor dem chef die beobachtungslaunch scheint sauber zumindest sehe ich niemand ein kontakt in der lounge ok na dann dosa let's go ok stolz oder rechts links sicher sicher jemand mal überschlagen die treppe hoch ausziehe ich bin neben dir jetzt ich gehe vor ort bitte ok sicher ich gehe die treppe hoch oben ist safe und nach der und ist einer auf dem landepad nur sechs sehe ich kontakt bin hinter dir seid ihr das ja seid ihr die gruppe ich gehe nach vorne zu luke schluss geschlossen luke ist zu luke ist erstmal sicher ich öffne ok mach auf im raum weasen haben wir sonst kontakte irgendwo bergern hier ist hier luke offen safe alle rein ok sturm nach ich bin drin einer fehlen noch ich tisch hier grad ein bisschen mit weniger frames rum ja komm dazu ist drin ich bin wirklich dritten äh dragoneer landet sich da auch nicht dazu kommen wir von der luke da weg boah so leute achtung alle feuer alle auf die luke zielen ok der ist nicht da bin ich nur ich ey sie hat mir jetzt gerade in den arsch geschossen von euch ich nicht negativ ich war es nicht ich habe Schuss gehört gerade auch ja ja irgendjemand hat geschossen gerade da hat sie irgendwas ready und ich gehen über die rechte flanke sind jetzt in der cafeteria wir müssen jetzt erstmal äh dozer wir müssen jetzt erstmal nach hoch erste ebene jawohl take delete ready ich bleib mal hinter dir ja 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 case check safe sieht verwaist aus momentan ja aber das hier kann leider in jeder ecke hier jemand sein das ist richtig hier steht zu viel krempel rum das ist auch hier treppe ist sicher ok ich decke deinen rücken durch die tür ready ihr nehmt die tür genau ich decke euch hinten dran ok ich geh die treppe hoch ja ich decke immer noch die hintereingang ok zwischen die etage scheint sicher hier ist niemand ich decke den flur direkt vorne zur waffenkammer mhm ich guck den flur weiter runter und ich geh zur treppe und decke nach oben die treppe und meinen rücken haben ja ich hab was gehört vorher ich hab schon gehört nett geschossen nett geschossen einer von uns nein nein drag in here kommt jetzt hinten rein ja der kommt bei 06 rein hier hier ich bin hinter dir wir müssen aufpassen ich weiß nicht was der vor von oben von drei kam glaube ich gehört feuer er will nur den whisky looten ok ok links an mir vorbei geht es zu dem terminal wo wir hin müssen direkt zwei hier ja ok ich geh nach vorne vor wie dir ok schüsse dauerfeuer ich hab den eingang im visier nicht zu safe gut ich komm rein ich geh rein ok irgendwas schießt hier ist das einer von uns nein deck zwei ist keine deck zwei wo ich guck mal durch die scheiben durch so raum ist sicher da oben genau seh ich nichts ähm dozer du kannst jetzt die mission annehmen der nadelstelle kommt runter komm her komm nach oben wo seid ihr wir haben ihn alles klar ihr habt ihn sehr gut lockt in gut dann gehen wir dozer dann folge mir mal wenn du aus dem raum raus kommst ich bin rechts ok also ihr habt einen hostel erledigt ja ja ok wir gehen jetzt runter in die lobby mhm waffenkammer sieht sauber aus doch seuer ich löse dich ab ich decke nach oben check danke ich geh runter gut aus zwei bis zu unten ich bin unten danke gut ich komm dann auch doch eigentlich wo einmal um mich herum gespinnt so dieses terminal hier darum geht es ne dieses terminal müssen wir beschützen wir sind hier wir sind im endeffekt da wo wir jetzt sind etwa hier wir haben einen neuen kontakt tank nova check ich drück mich da hinten ich besetz die hintere ecke mhm ja hier drüben und gehe in deckung haben wir jemanden mit dem scharfschützengewehr also ich hab eins dabei ich hab eins ne ich hab auch noch ein lasergewehr gut dann kommst du hier ja hier hin wo ich bin ja mit einem lasergewehr und ja ich gehe oben auf die galerie ok mit dem scharfschützengewehr alles klar ihr habt einfach diesen raum euer kontakt endowar hornet check danke irgendwelche gefleckten ich hab ihn nein das ist jetzt nicht alle als friendlies gemacht bis jetzt ich glaube endowar auf den waffen aber gut ist glaube ich derjenige der gerade abgehoben ist ne kann das sein oder ist der gerade reingesprungen keine ahnung wo er herkam ich hatte ihn auf einmal auf dem schirm spielt der hier chicken mit unseren leuten oder was macht der oder jagt der die aurora ich glaube der jagt die aurora bleibt mal ein bisschen entfernt davon an ihm dran nanos gehst du in den überwachungsraum und sagst wenn es sich ne luftschleuse öffnet genau wir werden jetzt mal die luftschleuse checken wow er hat zirken hier gerammt ok das hab ich gehört ähm untere untere hintere luftschleuse von dozer ausgesehen ist noch offen er öffnet das feuer zweit ich geh sie schließen andowar ist ein redcon ja wir greifen wieder an bitte check dozer bist du immer noch da hinten in der ecke ich bin auf position ja weiter hin sichere in den raum ich seh nicht ich seh nicht hier durch das loch durch dozer sag mal hallo ich glaube er versucht zu landen ach da du bist ein spielkind alter wir haben ihn gleich Leute sehr gut rc sehr gut dozer hier das sieht so schön dozer ich könnte grad so schön in headshot verpassen hier einfach nur bam pass auf deine umgebung aufhör auf mit der rumspinnerei am ende verdient wieder ein auge und dann wird es wieder keiner gewesen sein ähm es deaktiviert die ähm ähm schleuse also zu unserer seite check ist alles grün und blau gut dann ähm nadosch bleibst du da oben drin check ok dann bleiben und ich auf dieser galerie hier oben und sichern quasi euren rücken da unten ohja das sieht das sieht sehr geil aus von hier ich seh ich doch was machst du denn da schon wieder ne ich stehe auf position ich seh sie nur da oben durch die scheiben durch tatsächlich achso ich dachte du spannst schon wieder nein ich hab leider keine zielvollrichtung drauf auf den waffen aber das ist leider nicht besser ne ich auch nicht die rohpunkt visiere gibt es irgendwie nicht mehr du musst die mehrmals im store mehrmals halt laden ja dann siehst du wenn sie dran sind halt ja leider ist es so ja gut das ist hier jetzt halt eben oldschool ja hier ist es oldschool es bringt beim scharfschützengewehr nicht so richtig was muss ich ganz ehrlich sagen aber äh ach naja komm kim und thorn haben wir alle mal gelernt so ein knover aurora landet kommt aus richtung landing pad 06 danke landing pad 06 alles klar dann nado schalte man auge drauf wenn er eine schleuse cyclet nicht noch nicht guck mal gerade wo hier die schleusen sind moment ich stehe mal gerade kurz auf sorry du hast mich ja im blick oder ich hab dich im blick ja landing pad 58 ist hier die seite und 1 bis 5 ist hier die seite ok ich sag einfach ebene 1 links vorne rechts vorne links hinten rechts hinten oder ebene 3 links rechts ja muss man bloß wissen was dein links und was dein rechts ist aber so richtig das ist richtung landet 1 das ist immer die sicht ok richtung crusader quasi das ist recht ok ich stand gerade ok der war doch gar nicht auf der station oder ne er hebt nur wieder ab er hat keinen bock mehr hat es gesehen was hier los ist und dachte sich nur so aber das sind zu viele wir können ja mal pitcher einladen äh red hier äh du kommst einfach nach ne ja unsere anderen leute blockieren gerade den server ich komm nicht rauf ich stell mir grad so vor man will dann so seinen ruf wieder verbessern und dann so oh ein paar leute von der crash hm ok vielleicht ist ein piraten eben doch nicht so schlecht erstmal und lauter wieder ab ja 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 gleich besteht gleich kommen mir echt keine leute mehr ich versuche ja gerade jemand her zu holen meine güte jetzt lass mich doch mal machen hier also ich bin raus ich schaffe sich mal rein zu kommen momentan naja vielleicht kriegen wir ein paar leute hier noch ansonsten ist es für euch das ist ja ruhig ja lass mal auf gleich marschieren sie jetzt zu dritt an und schießt alles zu klump genau ja gleich kommt hier die redeemer in der leitung eine idris genau das wäre super und wir so öh ja weißt du hey hey ok xylos ist redcon ja o ok und rotplaine erscheint auch ok ja oh man ja und sie haben und sie haben blöderweise haben sie auch projektiver klein gesteckt oh aua ich hab nur laser wenn ich auch nur super ok fokus tage rotplaine oh ich hörs ballern ja ok äh dozers müssen mission äh c primary ist xylose copy ich versuche ihn zu ziehen ja ok 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 und ich hab den kontrakt angenommen tja jetzt greift mich dragon hier auch noch an hat einer von euch projektiver von eingesteckt ich habe projektiver gut das ist auf xylose fokussieren und guckt dass ihr defensiv fliegt sobald ihr merkt ok eure schilde geben nachher wir müssen sie nur beschäftigen ich mache mal kurz in der kaffeterie ein rund ich mache mal kurz in der kaffeterie ein rund ja sehe ich das richtig ja jetzt kriegt er bestimmt aber wahnsinnig die schilde von raptor sind weg ja wir könnten jetzt gerade ein bisschen was verpassen vielleicht zieht er sich ja zurück mit seiner kaffee ja gerade auf ihm drauf gut da bleibt auch wieder auf mich bei zudem zu beschäftigen ebene 1 links tür geht oh kommen wir zurück und leute achtet bitte auf eure schilde ich will nicht dass wir jetzt hier ich komme rein ich komme rein über den hinteren eingang ach so hier bin ich ich komme hier ja ich bin wieder auf position vom haupt terminal aus ist das links oder rechts links vorne links hab ihn auf jeden fall rot geschossen gut äh schieß noch wenn er abhaut lass ihn abhauen ne topi aber dazu ist er grad nicht mehr imstande so xylose hab ich splash sehr 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 gut splash kodex dann gehen wir auf dragoneer jetzt fokus feier ja auf dragoneer aber will er uns wegziehen eigentlich ja er will uns pullen ja das ist vielleicht bin aufm rück weg ja wir fliegen zurück zur station road plane ist wieder da ich bin weg danke pittcher kommt rein ich glaube es ist ein ablenkungsmotivar lass uns zurück zur station bitte so ja bist du gerade entzitterdeck gegangen kontakt 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 ich denke der will leute absetzen ich glaube der will leute sehr schwer beschädigt ja ich glaube der wollte leute absetzen wir haben tatsächlich alles glas wahrscheinlich drei leute vier leute ja wohl ganz viele sind gegen den men ja vor sich oben 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 keine sicht negativ hier frontfenster schieße wenn ihr euch richtig beeilt dann könnt ihr das versuchen wir cykeln grad die schleuse wir cykeln grad wir sind gleich draußen super da sind Leute abgesprungen glaube ich die luke war auch nicht das ist egal wir müssen jetzt nur noch weg wir haben alles wir müssen jetzt nur noch raus